Herzlich Willkommen zur World League Basketball. Wir haben keinen Wikipedia-Artikel, wir haben nicht mal einen Artikel auf Maniac. Wir gehen auf Exhibition Game auf Germany und Australia. Ja, passt. Da bin ich. Okay, wir spielen auswärts. Da haben wir das Team. Ich würde es euch vorlesen. Ich kann leider mit den Spielern nichts anfangen. Da wir alle Playstation-Einspieler anspielen, sind auch viele Sportspiele dabei und ich bin leider nicht so der Profi. Aber tatsächlich in NBA hatte ich eine Menge Spaß und tatsächlich auch viele Spiele gewonnen, was ich immer noch sehr beeindruckend finde. Muss man sehen, ich hatte gerade die Aufnahmen hier angefangen, aber irgendwie hatte der geleckt. Könnte aber, es sieht so aus, als liegt es am Spiel. Wir werden mal schauen. Okay, das war ungünstig. Also mit Kreis, wenn ich einen Ball nicht habe, kann ich lenken. Das ist so, so krass. Okay, Dreieck ist hier der Pass. Und Viereck ist raufwerfen. Geil! Sehr schön. Das ist mit dem Spielerwechsel, hat bei mir nur sehr... Ah, hier Dreieck, okay. Alles klar. Na, Stadt hat frei, ne? Sehr schön. Ja, okay. War ein bisschen optimistisch. Und dämlich. Und dämlich. Oh, okay. Irgendwie konnte ich gerade rennen. X, okay. Perfekt. Ich meine, so ein Solo-Ding war jetzt eigentlich nicht der Plan. Oh, okay. Geil. Oha. Es ist einfach unglaublich. Oh, sehr schön. Also der NBA kam mir so ein bisschen komplexer vor. Aber das ist jetzt nicht schlecht. Muss noch mal sehen, dass ich den irgendwie abgehalten bekomme. Nicht gut. Gar nicht gut. Sehr schön. Continue. Okay. Weiter geht's. Vier. Vier Viertel gibt es, ne? Was da muss? Läuft. Zum ersten Mal in Führung. Okay. Glaubt das alles nicht. Ja, ich hätte den Spieler wechseln müssen, ne? So, jetzt rennen. Flanke. Flanke bestimmt. Uh, hast du gesehen? Ganz locker. Also, er macht zwar was mit ihm. Wo ist denn der Torwart? Er macht zwar was auf Kreis, aber im Endeffekt... Toll. Aber ich kann auf der Schwierigkeitsstufe anscheinend einfach durchlaufen. Ich hab erstmal runtergestellt. Schwierigkeit war irgendwie fünf Stufen höher. Ne? Seht ihr ja zu was das führen würde? So, wirf. Wirf. Sehr schön. Perfekt. Wie kann ich den denn im besten Fall... Okay, das war ja Vier, stimmt. Okay. Sah aber schon besser aus von mir. Grafiktauch immer mit der Spiegelung und alles ist für die Zeit echt nicht schlecht. Kann ich hier einfach wirklich durchlaufen? Ja. Okay. Wir führen. Möchte ich mal hier... Uh. Nicht gut. Ähm, Dreieck. Okay, perfekt. Jetzt rennen. Glaub, der kann den gar nicht abnehmen. Oh, 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 oh. Ja, läuft doch. Oh, nee, nee. Jetzt hätte ich ihn abnehmen müssen. Ha. Sehr schön. Ja, es stand auf 20 Minuten frei. Ich habe auch zwei runtergestellt. Zwei ist vielleicht ein bisschen kurz. Können wir aber nochmal reinschauen, was es hier noch so gibt. Vielleicht kannst du auch Fußball spielen. Wann wird's. So, kannst du hier ne... Okay, Team Information. Muss ich das? Ja, komm, passt. Mal sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Ja, machen wir. Ähm... Das genügend. Ja, ist doch super. Okay. Gegen Finnland. Das finde ich dann immer geil, ne? Du könntest einen Gegner spielen und verlieren, oder was? Okay. Schauen wir mal rein. Naja, und bei euch alles gut? Bei Silvester. Also, das ist die längste Speicherung, die ich bisher gesehen habe. Mhm. Cool. Ja, macht jetzt aber nicht so einen schlechten Eindruck. Also, irgendwie NBA, das hat irgendwie größer gewirkt. Also, ich kann es schwer beschreiben. Und ist auch schon wieder ein Weilchen her. Hat größer gewirkt, ein bisschen abgestimmter. Das hat von der Grafik keinen Reihenfall. Kannst du nicht sagen. Hast bei NBA... Oh. Ja, gut, zu langsam. Hast bei NBA aber auch gut mitbekommen, wie sie sich weiterentwickelt haben. Okay. Jo, das war nicht direkt was. Das war nicht direkt der Plan. Okay. Was, die haben getroffen? Okay. Oh, schade. Komm ich da hingerannt? Ja, komm. Ach, ist das... Hätte ich doch... Was? Wie? Hä? Foul und Punkte? Okay. Ey, das ist doch unglaublich hier. Hau rein. Sag mal. Sehr schön. Zwei gegen fünf. Okay. Uhu. Schön, wie ich vom eigenen geblockt werde. Sag mal, du stehst doch da komplett frei. Schnappen wir. Ist mit dem Abnehmen, finde ich hart. Haben wir die Schwierigkeit verstellt oder was? Okay. Zum ersten Mal abgewiesen. Äh, Dreieck und... Ja. Wird ganz schön verzögert. Jo. Unglaublich. Kennt das Spiel einer von euch? Nee, ne. Weil ich überlege. Weil kein Wikipedia-Artikel, kein Maniac-Artikel. Okay. Blöd. Habe ich überlegt, ob es dann vielleicht nur in Australien rausgekommen ist, zum Beispiel. Oder... Okay. Okay. Legen wir aber hier schon vor mit dem Pace. Jo. Alles klar. Vielleicht sollte ich auch mal so viel rumwerfen. Sehr schön. Wirf. Jo. Sehr schön. Ey, da blockt mich mein eigener Spieler. So. So. Was? Das war bei gespielt. Na komm, nimm dir jetzt. Ja, nimm einfach nicht. Kann ich da irgendwas gegen machen? Dump noch mal. Unglaublich. Schnapp ihn dir doch. Ach. Wirf. 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 Wef. Wef. Oh. Okay. okay perfekt sind irgendwie man die sichersten bälle ich finde es ein bisschen befremdlich dass x gedrückt halten rennen ist okay das war schwachsinn aber gut 10 zu 17 noch ist nix entschieden jetzt ist alles entschieden wir haben es angespielt hoffe hat euch gefallen gerne daumen nach oben wir spielen alle playstation 1 spiele an und falls jemand infos hat weil ich habe keine gefunden gerne schönen abend euch noch bis dahin